Ja, Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid, und herzlich willkommen zu unserem OTW-Pack-Opening. Freunde, ich bin gespannt. Dieses Team, diese Spieler kann man hier ziehen, und ja, ich bin mega aufgeregt, ob jetzt ein Varane oder Ronaldo da ist. Ich kann nur hoffen, dass das Glück auf meiner Seite ist, Freunde. Natürlich wünsche ich euch auch ebenfalls das Glück, aber, ja, ich bin mega aufgeregt, und lasst uns direkt mal reingehen. Ich leg mal kurz die Kopfhörer auf Seite, bevor hier noch was passiert. Komm schon, gib mir was, los geht's, komm. Was haben wir? Niederlande? Egal, egal, scheiß drauf. Ich hab's erahnt. Schade. Aber dann noch, danke EA. Freunde, danke fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Video. Haut rein, euer Khalid ist draußen. Ciao.